den kann man nicht umschmeißen die muss ich mir schlagen oder so so kann er damit im kaputt hauen wo ganz schön harter brocken nah mein lieben ordner freunde und willkommen heute zu einem neuen video und zwar ist es heute der christmas shopper simulator ja wie man schon liest ich denke mal start jetzt erst mal direkt bevor ich überhaupt etwas erkläre zu dem spiel ist auf jeden fall ein ganz lustiges spiel und ja wir gehen hier nicht ans telefon wir laufen erst mal ein bisschen rum und zwar es ist ein man ist hier in einem riesen einkaufszentrum und ja mehr oder weniger weihnachtlich gestaltet und draußen schneit es auch man kann hier rum jumpen man kann vieles machen ich habe das schon angezogen ein habe es auch bei anderen youtuber gesehen so dann kann man hier zum spiel leute umrennen und keine ahnung um tragen so machen wir das mal ein bisschen und kann hier ein bisschen die leute rum tragen und dann andere mit dabei umschmeißen und ja ich muss mir erst mal weg und ja auf jeden fall ist ein ganz lustiges spiel und ich habe jetzt immer nur minecraft gebracht auf meinen channel und deswegen wollte jetzt einfach mal ja habe ich jetzt einfach gedacht bringe ich doch mal was anderes und und zwar so was hier so ja hier sind alle schon auf dem klo und müssen sich hier anstellen obwohl das klo nicht mal generell überfüllt ist so und hier kann man sich was zu trinken wollen immer mehr davon auch schon leer immer mehr so eine kammer richtig schnell um rennen wo komm ich rumlaufe zieht ja das ist ja richtig glücklich und jetzt ist es wieder normal kann man sich jetzt wieder was neues holen ich glaube ich bin sogar etwas langsamer als normal das warst du davon kriegen auf jeden fall nichts mehr und hier kann man boah auch so ja auf jeden fall da muss ich eine frohe übergeben lassen wir mal und ich sag mal wir können ja jetzt erstmal die mission starten auf dem weg könnt ihr noch schauen was man so machen kann auf jeden fall kann man hier noch keine ahnung die leute umschmeißen das sieht richtig komisch aus man kann ja auch hier wie so ein fußball nehmen wie hier jetzt noch mal mit diesem schläger und dem ball da dran kann man dann hier mit auch machen ist auf jeden fall sehr liebevoll das spiel und er kann auch welche zum durchs fenster krachen komm du gehst mal dadurch okay dann gehen wir jetzt mal ins telefon das ist ja schon am spinnen und da ein paar missionen und zwar steht es jetzt nicht vor ist ein bisschen unnötig weiß ja schon was ich machen soll oh gott komm schon ich muss doch da rein also da muss mir doch helfen irgendwie so dankeschön dann brauche ich jetzt einmal diese shampoo hier vorne und dann müssen wir noch kaufen gehen und dankeschön so könnte auch glaube ich klauen ich weiß nicht wir machen es gleich mal vielleicht wollen ich muss das hier hin bringen diesen komischen weihnachtsgeschäft oder so ja so haben wir es doch und jemals mal ein paar tore kaputt von uns ein bisschen die welt ja auch okay ich habe auf f gedrückt damit kurz mal anscheinend ja läuft auf jeden fall richtig lecker müssen wir denn jetzt hin so musik hat ja auch schon aufgehört in diesem spiel ok was muss ich jetzt hier machen da da immer was so richtig kochen blinkt das müssen wir nehmen und was ist wenn ich es einfach abhau ohne das zu bezahlen ja ok 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 und ich muss es erstmal bezahlen das kriege ich ärger sich verarschen man junger ist meins brauchst du es nicht ich kaufe ja schon so jetzt haben wir es gekauft die leute es unbedingt wollten sondern gehen wir mal haben müssen wir das in abgehender fallzeit immer nach oben wo es hier ist da oben irgendwas so und was müssen wir jetzt noch mal ins telefon gehen ja ist auf jeden fall selbst sie gespielt was machen die da alle für bewegungen gymnastik übungen ja komm ich vor sie mal rum anstatt irgendwie auf das richtige zu klicken und ja jetzt müssen wir los müssen die hoch wir müssen die hoch leute so ich habe mich wo die musik geblieben ist und wir müssen jetzt den fernseher hier holen da haben wir noch direkt lecke boss mit double jump und so und wir haben auch eine kleine zeitbeschränkung aber es haben jetzt locker hingekriegt und man kann hier runter springen ohne dass man irgendwie stirbt oder so schenker drunter gefurzt warte mal geht nicht ok ich bin auf 11 und fällt so wie die jetzt nochmals telefon denn ab da weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter was denn kommt an mission wo gibt sie überhaupt welche noch ja natürlich das telefon da haben wir es doch okay dann immer den pfeil nach ich glaube das ist sogar oben nicht täuscht noch eins oben ja dann gehen wir noch weiter hoch wenn es sein muss dann muss es halt sind ob jetzt leckts ganz kurz scheiße so hier haben wir also dann keine zeit beschränkung also ganz natürlich und hier müssen wir hin zeigt der fall mir da haben wir es ja so der fall ist auf jeden fall sehr präzise muss man sagen die grad willst du was willst du ich muss damit abhauen oder nediger sehe ich nicht ein verdammte scheiße dass die scheiß paket hier weg junge wo muss das sind immer weg alter bist du dumm oder so den kann man nicht umschmeißen die muss ich mir erschlagen oder so so kann er damit im kaputt haben ganz schön harter brocken sich verarschen was mit der frau hier stehen gegen kopf werfen dann fällt jedoch sowieso um ja ist klar ja du bist auf einfach durch durchgeber schon verstanden jetzt man komm schon machen das so nicht dein ernst lass es doch nein ich will das nicht okay wir müssen irgendwie diesen komischen spaß hier dann können wir das hier umschieben das können wir schieben weg da okay den könnte ich gebrochen wir könnten etwas zeit verschaffen wenn wir den typen hier mal runter genommen und ein hinweis es klappt nicht am besten wir schubsen immer etwas weiter weg lauf rennen 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 so jetzt haben wir das paket und ihm ganz schön verarscht so und runter springen und sehr gut jetzt haben wir ganz schön was und es geht wieder das telefone mein gott so gehen wir wieder dran okay eine doll sollten wir zahlen also nur puppe sollte ich das verstanden ab von die q store okay es gibt ein store ist die q store da vorne sehen wir es auch dass unser lieber q store übrigens mal den wagen einfach mit so ganz chillig ich könnte mir noch für irgendwas gebrauchen und so dann sollten wir hier irgendwas abholen wo ist das denn kann den scheiß hier okay man kann den umtreten so herrwissen dieser komische okay was noch mal okay wie soll man da jetzt hoch und das ist erstmal die frage wie wäre es wenn wir hier einmal hoch gehen ja was geht ab ja das schieben wir mal dahin und dann gehen wir mal hier hoch und dann schieben wir das wieder hier hin okay da steht es auch geschrieben kommen auf jeden fall oh nein da muss jetzt drauf los so okay ich bin da oh mein gott und da muss jetzt natürlich rüber springen und das schieben jetzt auch rüber sehr gut auf jeden fall leicht rauszukriegen das spiel was man hier so machen muss und was jetzt muss ich mir das kaufen so ich denke ich einfach vor und werden jetzt runter und ja ich glaube das ist irgendwie dass man da weihnachtsgeschenke fahren muss ich bin doch einfach nur lustig krasse geräusche auf jeden fall a big boy okay wir brauchen die xxl jeans von irgendetwas ich für den laden und ja so minuten war gerade drinnen kurz okay sehr gut dann gehen wir jetzt mal die xxl jeans holen wo sie auch immer erhältlich ist und so slack leicht ein bisschen also ich habe jetzt schon mein bestes versucht aber ich wollte das einfach aufnehmen ich finde das ist eigentlich noch ganz akzeptabel so haben wir jetzt einfach hier rein und nee 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 meine frau gute frau sondern ich muss ihnen das leider abnehmen ist jetzt ein troll oder so mein freund du hilfst mir jetzt mal diese frau zu bestellen dann müssen wir diese diese fette alter warum fliegt ihr denn nicht aufs maul wenn du mich verarschen das ist mein geschenk gib her ich krieg die da nicht aus der hand ja was willst du warum hat jetzt meine sachen in der hand ich will diese hose haben okay das ist irgendwie komisch können wir den wagen erschlagen oder sowas die hat auch sowas in der hand aber die hat mein geschenk in der hand was macht denn jetzt damit hm ich würde mal sagen lassen die bitte mein geschenk los und ich habe mir zeitbeschränkungen oben was ist wenn ich den wagen einfach gegen das gesicht trete so ja nice nice nur noch kaufen den scheiß und ich ey was das war nicht war es das was ich brauche ist das die hose hat dies nicht gerade ausgetauscht aber ich dachte schon sehr gut haben wir das mal hingekriegt und wir sind noch direkt wieder da nice haben wir auf jeden fall geilo hingekriegt jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken okay ähm ja also ich habe jetzt nur noch kurz nach der zeit geguckt ich habe jetzt schon ich weiß nicht ich drücke immer f anstatt irgendwie e oder obwohl ich eigentlich e gar nicht drücken muss sondern nur die paar maustasten ja wir wollten Ball ne oh ein bisschen fußball spielen dum 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 komm schon mal ein bisschen fußball am besten mit der frau da so okay ähm ich habe jetzt auf jeden fall mal gedacht ich werde jetzt öfters mal fähig sowas hier bringen ist ja eigentlich ganz lustig nur ähm dass ich die mission hier fähig mal irgendwann mal durch habe und ich habe jetzt mal auch ein bisschen zwischendurch trash gemacht wie es man wie es im game auch vorgegeben ist denke ich mal und ja okay lassen wir jetzt die frau mal los ähm das telefon klingelt wieder und dann könnten wir hier haben wir jetzt eine Tasche eingesammelt dann könnten wir denke ich mal demnächst weitere mission machen und dann sage ich mal ich verabschiede mich mit diesem video und bis zum nächsten mal haut rein tschüss und dann Allison ist es Vielen Dank.